Jo meine Freunde, was geht jetzt? Willkommen hier back zu CakeTV Uncut. Das Video gucken wir ein anderes Mal. Wir gucken jetzt von Vic, macht's gut. Anscheinend ist es jetzt wirklich sein allerletztes YouTube-Video, was er hier hochlädt. Und da sind wir natürlich gespannt, was er dazu zu sagen hat. Keine Ahnung, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich bin leider ziemlich gut darin, mir früher oder später Freude an etwas kaputt zu machen, weil ich mich diesbezüglich zu sehr stresse. Ganz plump gesagt, mir macht etwas Spaß. Irgendwann fängt es an, mich zu stressen und dann macht es mir keinen Spaß mehr. Sei es, weil ich einfach zu perfektionistisch bin und meine Ansprüche an mich selbst zu übertrieben sind oder weil ich einfach allgemein irgendwie ängstlich bin und alles in meinem Leben kontrollieren muss. Aber du kannst im Leben nun mal nicht alles kontrollieren und das mir einzugestehen, boah, das fällt mir super schwer. Danke dafür, Epplein. Und wenn eine bestimmte Sache, die dir früher richtig Spaß gemacht hat, anfängt, dich dauerhaft zu stressen, wie willst du da noch den Spaß aufrechterhalten? Ist doch logisch, dass die Begeisterung da... War aber auch krasser Hintergrund, ne? Offener Kofferraum ist immer heftig. ...wann flöten geht. Er ist gerade in Istanbul, danke Quentin. Oder? Tja, und genau das ist mit mir und meinen Videos passiert. Ich habe da leider absolut keinen Spaß und keine Leidenschaft mehr dran und das Problem bin ich selbst. Manchmal, da denke ich an diese Anfangszeit, wie sich das angefühlt hat. Ich saß da, hatte eine coole Idee und dachte mir, boah, dazu muss ich ein Video machen. Kamera rausgeholt und los geht's. Gar nicht irgendwie großartig nachgedacht, kein heftiges Script und ich habe ja auch richtig Zeit gelassen für das Video. Also mir war wichtig, dass es ein cooles Video wird. So ungefähr zu 10% kann ich mir heutzutage noch vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss. Und eigentlich ist es doch normal, oder? Dass kreative Dinge nun mal Zeit benötigen. Schaut euch zum Beispiel kreative Berufe an wie... Diese Ohrringe als Mann, warum genau sollte er nicht diese Ohrringe tragen? Musiker. Also lass ihn doch einfach, wenn er da Bock drauf hat. Was ist das für eine Aussage, Alter? Buchautor. Meistens kann man kreative Ideen einfach nicht dazwingen. Also du brauchst einfach Ruhe. Aber safe, die alten Videos von Al Blali habe ich echt tot gefeiert damals. Also ich weiß noch, ich habe den, glaube ich, kennengelernt, als er so sein zweites, drittes Al Blali-Video hochgeladen hat. Das ist, also das war schon sehr, sehr, sehr geil damals. Also ich habe das so heftig gefeiert, Junge, Alter. Zeit und Inspiration, das ist normal. Aber auf YouTube wird dir irgendwie beigebracht, dass du möglichst viele Videos produzieren sollst und auch möglichst lange. Mit anderen Worten, je mehr Videos du produzierst, desto mehr Geld. Und je längere Videos, desto bessere Watchtime, besseres CPM und ja, auch hier mehr Geld. Das heißt natürlich nicht, dass es jeder so machen muss. Ich habe extrem Respekt vor YouTubern wie Julian Bam oder Shimtex oder Jules, die zwar selten Videos produzieren, aber wenn dann etwas rauskommt, dann ist es ein Banger. Aber die Entscheidung, das so anzugehen, ist nicht wirklich leicht. Also du wirst schon irgendwie dazu verleitet, mehr Videos zu machen. Und in meinem Fall wurde es auch immer mehr Fließband-Content. Und versteht mich nicht falsch, Fließband-Content kann natürlich auch unterhaltsam sein, aber natürlich ist es trotzdem eher Quantität als Qualität. Ich will zum Beispiel auch niemanden schlechtreden, der nur Reactions macht. Ich selber gucke auch gerne Reactions. Aber in meinem Fall war es so ein bisschen aus den falschen Gründen. Also 2021 habe ich ja auf Madeira gelebt und in dem Jahr habe ich vier Videos die Woche gemacht. Vier! Und überleg mal, das waren Videos, die um einiges aufwendiger waren als jetzt typische Reactions oder Let's Plays zum Beispiel. Natürlich habe ich auf dieser Insel auch schöne Sachen gesehen und erlebt, aber ganz ehrlich... Und wurde von allen ausgeschlossen. 90% der Zeit saß ich zu Hause vor dem PC und habe versucht, produktiv zu sein. Immer hustlen, hustlen, hustlen. Es ging immer nur darum, möglichst viel Geld auf einmal zu verdienen. Und jetzt werden manche Leute sagen, okay, also warst du einfach nur geldgeil? Aber ich würde nicht sagen, dass es das ist, weil Geldgeil halt bedeutet für mich einfach nur, dass man geil aufs Geld ist. Dass man richtig Spaß daran hat, Geld zu verdienen. Bei mir ist es irgendwie genau das Gegenteil. Alles, was mit Geld... Ja, ich weiß nicht, ich finde generell irgendwie Geldgeil ist auch irgendwie so ein richtig komisches Wort, finde ich. Weil, also ich meine, wir leben halt in Kapitalismus. Und jetzt mal ganz ehrlich, jeder von uns freut sich, wenn er Geld verliert und wenn er viel Geld verdient. Das Ding ist, ich würde Geldgeil halt eher so definieren, dass man halt quasi alles fürs Geld macht. Also, jetzt im Sinne zum Beispiel, wenn ich jetzt jedes Placement annehmen würde. Weißt du, wenn jetzt irgendeine Firma kommt, irgendein Casino oder so und sagt so, hey, mach mal Werbung für uns, du kriegst 500.000. Ich sag so, ja klar, mir ist egal, was mit meinen Zuschauern ist. Ich will einfach nur das Geld. Sowas zum Beispiel würde ich als Geldgeilheit betiteln. Aber jetzt zum Beispiel auf YouTube einfach durchzuhasseln und von mir aus, keine Ahnung, jeden Tag drei Videos zu machen und noch live zu streamen und noch, was weiß ich nicht, alles zu tun. Am Ende fünf Business aufbauen, die man dann alle unter Freunden dann leitet, finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Tun hat, stresst mich irgendwie. Natürlich möchte ich auch Geld verdienen, aber eher aus dem Grund, dass ich nach dem Gefühl von Sicherheit grave. Ich bin einfach ein Mensch, der möglichst viel Sicherheit und möglichst viel Kontrolle über alles braucht. Keine Ahnung. Mit anderen Worten, je mehr Geld, desto mehr Sicherheit. Aber dieses Gefühl, nicht genug Sicherheit zu haben, das ging irgendwie, das ging nie weg, egal wie viel ich auf dem Konto hatte. Überleg mal, seit 13 Jahren lebe ich von YouTube und in der ganzen Zeit habe ich nie eine echte YouTube-Pause eingelegt. Natürlich gab es Zeitspann, wo ich viel weniger Videos hochgeladen habe, aber eher aus dem Grund, dass ich ausgebrannt war und einfach nicht mehr konnte, so traurig es auch klingt. Mein Gehirn hat immer gearbeitet und immer musste ich in irgendeiner Form produktiv sein. Selbst wenn es mit YouTube nichts zu tun hatte. Und dieses Ängstliche, das war schon immer ein Problem von mir. Als Beispiel, ich habe ja mit dem Fachgymnasium aufgehört, um von YouTube zu leben. Das war wirklich das größte Risiko meines Lebens. Also normalerweise gehe ich echt selten Risiken ein. Und danach hatte ich einfach ein Jahr lang regelmäßig Albträume, weil mein Gehirn nicht darauf klarkam, dass ich dieses Risiko eingegangen bin. Ich habe immer geträumt, dass ich irgendwann wieder zur Schule muss und in die Klausuren ständig Sechsen schreibe, weil... Digga, geile Träume. Stell dir mal vor, deine Albträume sind, dass du in Klausuren eine Sechs schreibst. ...ich in der ganzen Zeit den wichtigen Stopp nicht mitbekommen habe. Und auch bei dem Thema Steuern habe ich so richtige Phobien entwickelt. Ich weiß noch, einmal musste ich über 100.000 Euro nachzahlen und das hat mich irgendwie so fertig gemacht. Eine ganze Woche lang konnte ich deswegen gar nichts tun. Und die Sache ist ja die, ich hatte das Geld. Also ich konnte das direkt bezahlen, ich hatte genügend Geld auf meinem Konto. Wie kann man sich denn so davon kaputt machen lassen? Das hat gar keinen Unterschied gemacht. Solche Dinge, ich weiß nicht warum, die macht mir eine Heidenangst. Es ist wirklich extrem. So einen richtigen Urlaub gab es für mich auch nicht. Also in Los Angeles beispielsweise habe ich trotzdem regelmäßig Ali Tels gedreht. Von 2019 in Japan habe ich einfach jeden Tag gevloggt. Und das waren aufwendige Vlogs. Also wirklich jeden Tag saß ich da in Japan noch bis drei oder vier Uhr morgens am Laptop und habe noch irgendwie das Video geschnitten. Damals war das für mich alles so normal, aber heute denke ich mir so, ist schon krass irgendwie. Man könnte jetzt so... Ja, ich finde das ist generell so das Problem als YouTuber. Wenn du halt so selbstständig bist, gerade mit sowas. Du hast ja kaum Möglichkeiten, dir richtig freizunehmen. Gut, du kannst natürlich Videos vorproduzieren. Das habe ich früher dann auch immer gemacht bei meinen ersten Urlauben. Aber ich sage mal, gerade wenn du jetzt irgendwie Streamer bist oder ich zum Beispiel berichte ja auch über aktuelle Themen, da kannst du dir eigentlich meistens immer schwer so eine Woche oder sowas freinehmen. Das ist eigentlich auch so wie Vic sagt, gerade wenn du so Real-Life-Videos machst, dann sind ja gerade so Urlaube und alles was dazu gehört, sind ja einfach mega. Weil ich sage mal, so ein Vlog aus Japan, das ist jetzt ja auch nichts Alltägliches, was du drehen kannst. Das ist halt mega. Also im Urlaub komplett abzuschalten ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich war im Mai, war ich mit meinem Sohn und meinem Trainer und seiner Tochter auch im Urlaub. Und ich habe halt echt so nach zwei, drei Tagen gemerkt, dass mir dieses Arbeiten auch einfach fehlt. Also auch voll dumm eigentlich. Aber ich habe mir echt so gedacht, so boah, eigentlich hätte ich jetzt schon wieder Bock irgendwie nach Hause und halt wieder zu arbeiten, wenn du den ganzen Tag halt nichts machst, weil das halt vorher ja auch so normal war einfach zu arbeiten. Jetzt also gar nicht so dieser, so ein innerlicher Druck, aber so einfach auch Bock darauf, das Ganze zu machen. Und wo du dir so dachtest, so ja, du musst eigentlich auch mal wieder. Lavorisch sagen, ich habe diese Japan-Reise nicht wirklich durch meine eigenen Augen, sondern eher durch die Kamera gesehen. Und genau so hat sich das angefühlt. Es hat sich irgendwie nicht so angefühlt, als wäre ich so richtig da gesehen. Eher aus der Video-POV oder keine Ahnung. Also ich glaube, ihr versteht ungefähr, was ich meine. Und von Jahr zu Jahr wurde es immer schlimmer, dass ich aus allem, was ich in irgendeiner Form mochte, unbedingt daraus Content machen musste. Etwas für mich privat zu machen oder zu mögen, hat sich irgendwann nach Zeitverschwendung angefühlt. So, warum sollte ich das jetzt tun und nicht damit Geld verdienen? Im Nachhinein merke ich, dass ich aus echt allem Content gemacht habe. Sei es aus meiner Beziehung, sei es aus Umzügen, sei es aus meinem Urlaub. Junge, heftig. Kassend habe ich das gemerkt bei dem Spiel Animal Crossing New Horizons für die Switch, weil das Spiel hat mir so gut getan in dieser Corona-Zeit, wie bestimmt vielen von euch. Und das war nach längerer Zeit mal wieder etwas, das ich nur für mich hatte. Trotzdem habe ich angefangen, daraus Content zu machen. Nicht nur Content, sondern ein ganzes Format. Ein Animal Crossing-Format auf diesem Channel. Auch dieses Spiel hat sich dann immer mehr eher wie Arbeit angefühlt und auch so Spiele wie Mario Odyssey würde ich privat einfach nicht mal anfassen. Also das ist nur für Content. Ich habe so YouTube-Videos immer weniger wegen Spaß, Kreativität und Leidenschaft produziert. Und immer mehr aus, ich sag mal, irrationalem Überlebenswille. Und ich weiß natürlich, dass es Content übertrieben findet. Ja gut, ich weiß, aber ich finde, sowas ist halt fast normal. Also ich habe es bei mir tatsächlich auch ähnlich. Ich zocke zum Beispiel privat ja auch gar nichts mehr. Also wirklich null Ausnahme an der Runde Hearthstone, um mich von der Arbeit abzulenken. Sonst eigentlich gar nicht, weil ich sehe das tatsächlich so ähnlich. Oder ja gut, zumindest komme ich zum gleichen Schluss, wie wir es sagen. War mal so. Ich denke mir halt auch so, natürlich könnte ich mich jetzt halt hinsetzen und keine Ahnung, eine Runde League of Legends oder sowas zocken. Dann denke ich mir aber wieder so, naja, wenn ich halt schon zocke, dann könnte ich das halt einfach streamen, um Geld damit zu verdienen. Oder ich sollte meine Zeit halt nicht verschwenden, um privat dann irgendein Game zu zocken, was mich ja auch im Leben einfach gar nicht weiterbringt. So, ne? Ich denke mir dann so, ja klar, kann ich jetzt eine Stunde in einem Game verbringen, wo ich dann rumtilte, weil wir dann irgendwie verlieren, weil andere Fehler machen. Ich selber bin der Beste. So, aber das war dann immer so, wozu diese Stunde dann wegwerfen, wenn ich in der Stunde halt auch Content produzieren kann. Aber ich dachte mir, wenn das hier alles nicht mehr läuft, dann bin ich direkt obdachlos. Also wirklich direkt. Und dann kommt ja noch hinzu, dass seit Jahren die Zahlen bei mir so ein bisschen runtergehen. Überleg mal, was es mit einem macht, der so tickt wie ich. Klar, die meisten würden denken, okay, ich mache mir ein bisschen Sorgen, aber vom Ding her kann ich immer noch relativ gut davon leben. Und ich kann ja so ein bisschen rumexperimentieren, vielleicht geht das ja wieder hoch. Ist ja auch realistisch. Außerdem gibt es da draußen noch eine Welt ohne YouTube. Aber mein Gegner denkt sich natürlich, okay, ich stürze mich geradewegs ins Verderben. Also immer mehr in mein Verderben. Es ist wirklich krank abgeworgen, wie stark ich mich selbst unter Druck setze. Also das ist nicht die Norm, das ist nicht normal. Irgendwann dachte ich mir, scheiße, ich muss dringend etwas ändern und habe den Output von vier Videos pro Woche auf drei runtergeschraubt. Das war letztes Jahr. Dieses Jahr sogar von drei Videos die Woche auf zwei. Aber hat es geholfen? Ganz ehrlich, nicht wirklich. Weil ich habe realisiert, es geht nicht darum, wie viel ich arbeite oder wie wenig, sondern das ist ein Problem von mir, also mit der Psyche. Diese krankhafte Produktivität ist irgendwann in andere Bereiche des Lebens übergeschwappt. Kann ich nicht an einem Video arbeiten, dann, keine Ahnung, räume ich meine Wohnung auf, auch wenn sie schon sauber ist. Ich habe inzwischen Kater, die so ein paar Videos von mir schneiden, trotzdem gehe ich da selbst nochmal drüber. Und wenn ich wirklich gar nichts finde, wo ich... Ja, wer schneidet denn mit Sony Vegas? Das ist ja der größte Fehler, den man machen kann. ...krieg sein kann, dann mache ich einen Mittagsschlaf. Einfach nur, um die Zeit zu überbrücken. Das ist so eine Psychose. Ich habe in den letzten Jahren so viele unnötige Mittagsschläfchen gemacht, einfach nur, damit die Zeit vergeht, obwohl ich nicht mal müde war. Danach habe ich mich dann immer noch schlechter gefühlt. Auch so eine schlechte Angewohnheit. Das finde ich aber krass. Aber ich weiß nicht, ich habe auch so überlegt. Also das Gute ist, ich habe ja zum Beispiel einen Sohn. Das heißt, ich habe den ja auch jede zweite Woche dann bei mir. In der Zeit kann ich ja dann immer nur arbeiten, wenn der im Kindergarten ist. Das ist halt ganz gut. Dann arbeite ich quasi wie normale Leute ungefähr. Aber ich merke das halt selber. In der Zeit, wo ich den nicht habe, bin ich schon teilweise wirklich den ganzen Tag im Büro. Also ich glaube, heute bin ich so seit 9.30 Uhr im Büro. Das ist jetzt heute gar nicht so lange. Naja, jetzt eine Stunde oder so muss ich ungefähr los. Aber sonst gibt es auch Tage, wo ich irgendwie, wenn ich ihn nicht habe, so um 10 Uhr morgens oder sowas ins Büro fahre. Und dann bin ich, keine Ahnung, so bis abends um 10 oder sowas einfach da. Also so zwölf Stunden, weil ich halt tatsächlich dann wie weg bin. Wenn halt jetzt nichts geplant ist mit Kollegen oder so, denke ich mir halt auch so. Naja, keine Ahnung. Klar, ich kann jetzt halt nach Hause fahren und chillen. Aber das bringt mir halt irgendwie nichts. Dann will ich die Zeit halt lieber schon nutzen und irgendwas Produktives machen. Egal, was es denn genau ist. Wie die Jahre entwickelt hat, ist dieses Absurdiv. Aber ich würde jetzt keinen Mittagsschlaf machen, um danach wieder zu arbeiten. Ja, nachgucken, was Leute so über einen reden. Das hat wahrscheinlich auch mit diesem Kontrollzwang zu tun. Aber was bitteschön willst du daran kontrollieren, wenn irgendwelche Leute falsche oder verletzende Dinge über dich behaupten? So, du hast keine Kontrolle. Außerdem bin ich inzwischen fest davon überzeugt, dass der Mensch einfach nicht dafür gemacht ist, so viel Resonanz über die eigene Person zu lehnen. Du bist geil, du bist scheiße, du bist geil, du bist scheiße. So viel. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass ich echt gut damit klarkomme, aber es ist wie ein schleichtender Prozess. Nach und nach macht das schon was mit der Psyche. Definitiv. Das ist ja auch keine normale Situation. Boah, ich weiß nicht. Also, ich würde tatsächlich eher sagen, dass das voll auf die Person ankommt. Also, ich meine, ich habe ja auch schon einige Shitstorms und so weiter gehabt, so ein paar einzelne. Und ich weiß nicht, mich hat das tatsächlich halt noch nie mitgenommen. Also, ich glaube, es gibt halt einfach Leute, die sich sowas halt zu Herzen nehmen und die halt mehr darauf eingehen. Und anderen Leuten ist es halt eher egal. Bei Vic hat man ja schon immer gemerkt, dass auch wenn er nur so ein paar Hate-Kommentare bekommen hat, also da, glaube ich, auch irgendwann mal ein Video über Twitter oder sowas gemacht, wo der darüber geredet hat. Und ich glaube, ihn als Person nimmt das einfach sehr viel mit. Ich kenne aber halt auch YouTuber, die auch relativ viel Hate bekommen. Und denen ist das einfach egal. Also, ich würde nicht sagen, dass das allgemein ein menschliches Ding ist, sondern ich glaube, das kommt sehr krass auf die Person an, die du bist. Wenn man ganz ehrlich zu sich ist. Also, auch das hat mir immer mehr den Spaß an der ganzen Sache genommen irgendwie. Letztes Jahr habe ich ja angekündigt, dass ich gerne Therapie machen würde. Und dieses Jahr bin ich das tatsächlich angegangen. Es ging dabei um Tiefenpsychologie. Und dabei wird sehr viel in deiner Vergangenheit gekramt, vor allem in der Kindheit. Also, man geht so ein bisschen deine Biografie durch. Man spricht sehr viel über Dinge, die einen stark geprägt haben, auch negative. Und das kann natürlich ziemlich verletzend werden. Aber ich sage es euch, ich habe noch nie so viel über mich selbst gelernt, wie in diesem Jahr durch diese Therapie. Es ist crazy. Vieles ergibt einfach Sinn. Und es ist für mich heutzutage absolut verständlich, warum ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Oder warum ich so ticke, wie ich ticke. Das hat einfach viel mit der Kindheit zu tun. Meistens ist das der Fall. Ja, The Natives. Sehr, sehr kluger Kommentar. Einige Shitstorms waren gezielt von mir gewollt, weil ich liebe es einfach im Internet fertig gemacht und beleidigt zu werden. Ich liebe es einfach, geschittstormt zu werden. Wirklich, es gibt kein geileres Gefühl, als morgens mit 10 Hate-Nachrichten aufzuwachen, Abonnenten zu verlieren und weniger Klicks zu bekommen. Sehr kluge Frage von dir. Vielen lieben Dank. Sagst du euch, die Erfahrung war nicht nur augenöffnend, sondern... Digga, wirklich, bei manchen Leuten frage ich mich echt... Egal. Gewissermaßen Baustellen aufgezeigt an mir selbst, die ich zuvor nicht so richtig gesehen habe. Und auch habe ich dadurch gelernt, dass mir eine YouTube-Pause nicht nur gut hätte, es ist in meiner Falle sogar notwendig. Ich muss wirklich mal klarkommen. Ich kann mich kaum noch für etwas begeistern oder motivieren. Ich muss lernen, wieder Hobbys zu haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber schon viel, viel besser geworden. Mit meiner Freundin zum Beispiel habe ich mit Puzzlen angefangen. Ab und zu mache ich eine Autotour, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Oder ich habe sogar angefangen, Beats zu bauen. Beziehungsweise ich lerne es noch. Also was das angeht, bin ich super am Anfang. Trotzdem schwingt noch so ein bisschen der Gedanke mit, dass es Zeitverschwendung wäre, wenn ich daraus kein Content mache. Ich weiß natürlich, dass es Blödsinn ist. So etwas hatte ich auch neulich, wo ich drei Wochen in Japan war. Also abseits von dem Video, was ich für den Schmuck gedreht habe in Japan, wollte ich, dass das wirklich ein echter Urlaub wird. Und es war ein Dilemma. So sehr musste ich mich dazu zwingen, nicht zu vloggen. An einem Tag wurde ich sogar schwach und habe tatsächlich ein bisschen gevloggt, weil ich mir dachte, ach komm, lass doch Content daraus machen. Komm schon, was ist das für eine Psychose? Aber zum Glück habe ich es geschafft, da noch nichts mehr zu drehen und das wirklich als reinen Urlaub zu genießen. Es war wirklich der... Ich weiß nicht, ich finde es aber krass, dass der da solche Probleme mit hat. Weil ich weiß nicht, für mich wäre das irgendwie so Standard einfach da zu drehen. Aber ich würde das jetzt gar nicht so negativ sehen, weil ich denke mir halt auch so, ey, wenn ich sowieso da bin, warum sollte ich die Leute dann halt nicht mitnehmen? Gut, beziehungsweise ich bin jetzt ja kein Vlogger oder so, das muss man schon dazu sagen. Aber gut, ich überlege gerade, wie war das bei uns im Urlaub? Also beim letzten Urlaub mit Gina und Noah zusammen, da hatten wir ja mal so ein richtig krasses Hotelzimmer. Ich glaube, da war ich ja... Also ich bin für Vlogs auch einfach immer zu faul. Ich glaube, ich habe da am ersten Tag, habe ich glaube ich, ein Vlog gedreht. Ich glaube, das war es tatsächlich. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Beste Urlaub, den ich je hatte und ich habe das Ganze durch meine Augen und nicht durch die Kamera gesehen. Ich weiß, dieses Video hat so einen traurigen Touch, aber glaub mir, wenn ich sage, jetzt aktuell geht es mir so gut wie seit Jahren nicht mehr. Bisher war ich das absolute Vorzeigebeispiel für, ich lebe, um zu arbeiten. Doch nun geht das immer mehr in Richtung, ich arbeite, um zu leben. So wie es meiner Meinung nach sein soll. Falls euch irgendjemand eingeredet hat, man muss immer hasteln, hasteln, hasteln und das ist der Schlüssel zum Glück. Hört lieber auf mich. Natürlich sollte man arbeiten, aber es ist nicht... Naja, man sollte halt eine Work-Life-Balance haben. Aber bei mir zum Beispiel ist es auch so, ich denke mir halt jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag nichts zu tun habe. Jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, gestern habe ich mir auch einfach mal freigenommen, weil Sonntag Montee-Eventen, Montag kamen wir ja hier Spieleabend gemacht und so, da habe ich mir gedacht, gut, jetzt nimmst du dir mal einen Tag frei, wo du einfach mal chillen kannst. Und sowas finde ich persönlich halt auch wichtig. Man muss halt nicht nur hasseln, aber man muss natürlich trotzdem sagen, du bist halt selbstständig, das heißt selbst und ständig. Und du musst natürlich einfach, kommt natürlich auf den Content an, aber es gibt halt Tage, wo du vielleicht auch einfach ein bisschen mehr machen musst. Ich würde sagen, das ist ziemlich normal. Super wichtig, dass man so einen gesunden Mittelwert hat. Manchmal ist es super wichtig, innezuhalten und ich versuche seit Ewigkeiten immer irgendwie stark zu bleiben und Emotionen nicht so sehr an mich heranzulassen, aber neulich habe ich einfach heulen müssen, also ich habe richtig krass geheult. Manche würden jetzt sagen, äh, Schwächling, aber ehrlich gesagt hat es richtig gut getan. Also es hat mir auch viel Kraft gegeben, das einfach mal rauszulassen. Ihr habt das wahrscheinlich eh schon rausgehört, aber ich sage es nochmal deutlich, ich werde eine YouTube-Pause einlegen. Ob das jetzt ein Monat oder zwei oder sechs Monate sind, keine Ahnung. Ich muss mir unbedingt die Zeit nehmen, die ich brauche und ich verstehe natürlich, dass es ein Privileg ist. Viele haben nicht die Möglichkeit, mal eben eine Pause zu machen oder in Therapie zu gehen. Glaub mir, wenn es nach mir ginge, sollte jeder Mensch da draußen diese Möglichkeit bekommen, aber ich muss das tun. Ich muss einfach lernen, in manchen Punkten klar zu kommen. Ja, ist natürlich dumm, das im Dezember zu machen. Ja, gewisse Ängste loszulassen. Seit der Therapie denke ich zum Glück auch nicht mehr, dass ich direkt obdachlos werde, sobald YouTube nicht mehr läuft. Ich habe super viele Ausweichmöglichkeiten. Das sind einfach so Dinge, die mir nach und nach klar werden. Also man könnte sagen, ich habe diese verzerrte Wahrnehmung und ich versuche, die wieder gerade zu rücken. Und überhaupt ist Angst, ja, es ist schon wichtig in manchen Situationen, weil es dich vor Gefahren schützt, aber es ist nicht unbedingt der beste Wegweiser. Ich weiß so 100 Prozent, dass die Leidenschaft des Tränen noch tief in mir drin ist, aber die wird blockiert und unten gehalten, könnte man sagen, durch all diese negativen Aspekte. Ja, also ich kann ihn da auf jeden Fall schon verstehen. Ich glaube, das Ding ist, wenn du halt das Ganze, ich weiß gar nicht, wann hat der angefangen, das so richtig aktiv zu machen? Na, der ist ja auch schon seit zwei, sechs auf der Plattform. Ich weiß nicht, seit wann er das so ultra aktiv macht. Aber ich finde das halt krass, weil wenn ich das so mit mir vergleiche, ich glaube, wir haben sogar fast ungefähr gleich angefangen. Also zumindest Albladi war, glaube ich, 2011. Also 2011, 2012 habe ich auch mit KuchenTV angefangen, das so richtig durchzuziehen. Und ich weiß nicht, bei mir gibt es irgendwie so gar nicht den Punkt, dass ich jetzt sage, dass mich das irgendwie übernimmt oder dass ich zu viel arbeite. Also ich mache das irgendwie sogar gerne, auch wenn ich leider immer sehr faul bin und dann immer sehr viel Zeit verliere. Aber ansonsten macht mir das tatsächlich halt sehr viel Spaß. Und ich finde das heftig, mal so diese andere Seite zu sehen, wenn er sagt, dass er dadurch so psychisch so voll viele Nachteile hat, durch dieses Durchziehen und man muss immer arbeiten und so, finde ich eigentlich krass, muss ich sagen, tatsächlich. Versucht rauszukommen, aber es geht einfach nicht. Und das hat einfach mit diesen, ja, mit diesen Ängsten und dem Kontrollzwang zu tun. Und jetzt eine YouTube-Pause zu machen auf unbestimmte Zeit, das ist auch eine sehr harte Überwindung für mich. Aber ich verstehe, dass es notwendig ist. Ich hoffe, ihr könnt es auch nachvollziehen. Eines Tages werde ich zurückkehren und wie und in welcher Form, ja, das weiß ich noch nicht. Aber ich werde zurückkehren. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ich glaube, das war eines der wichtigsten Videos, die ich hier gedreht habe, also unironisch. Und ja, krass. Ich mache es wirklich. Ich habe euch lieb und wünsche euch wirklich nur das Beste. Ihr seid so eine tolle Community. Ihr habt nur Gutes verdient und ja, guten Rundschens, neue Jahr. Bis dann, euer Vic. Ciao. Ja, aber gutes Video. Ich wünsche Ihnen da auf jeden Fall alles Gute. Junge YouTuber, der einfach kommentiert, die ja krank, was geht. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall richtig, wenn es hier mit der ganzen Situation nicht so gut geht. Glaube ich, so eine Pause ist da auf jeden Fall absolut richtig. Ne, ich sag mal, wenn er jetzt dann die Zeit hat, sich da ein bisschen zu finden, ne, dann kommt man ja auch mit neuer Kraft wieder. Bin auf jeden Fall gespannt, wann er wiederkommt. Ich weiß gar nicht mehr, wie gut sein Kanal jetzt in letzter Zeit lief. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, was er macht. Na ja, hier mussten wir schon reden. Und hier hört er dann auf. Ja, war aber in Ordnung auf jeden Fall. Ja, krass. Auch so ein richtig heftiges Urgestein, ne. Der ist ja auch eigentlich aus der deutschen Szene gar nicht wegzudenken. Auch wenn er jetzt nicht mehr so Mainstream aktiv ist. Tja. Ja.